Hallo und herzlich willkommen bei Hitters. Warum kommt eigentlich derzeit so viel von Dustin und so wenig von mir, obwohl ich ja eigentlich immer den Mittwoch sozusagen für mich habe oder den besteuere mit irgendwelchen Videos oder irgendwas, was euch vielleicht gefallen könnte oder interessieren könnte oder jedenfalls mir Spaß macht, euch irgendwie vorzustellen oder sonstiges. Das liegt einfach schlicht daran, dass ich derzeit privat so viel um die Ohren habe und das einfach bevorzugen muss. Das sind berufliche Aspekte, aber auch für mich gesundheitliche Aspekte und die sind einfach derzeit im Fokus und deshalb werde ich es auch erstmal nicht schaffen, was ich eigentlich ja vorhatte, dieses Jahr viel mehr mit Talkrunden zu starten, weil die einfach deutlich mehr Zeit fressen. Es ist jetzt so ein Status, sage ich mal, dass ich jetzt wieder mehr Videos wieder machen kann und das vorgenommen habe, aber ich kann einfach nicht versprechen, dass ich jede Woche ein Video raushaue. Leidet Dustin natürlich auch drunter, das ist ganz klar. Und ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich wollte euch nur einmal ganz kurz darüber informieren, warum ich so sehr noch angekündigt hatte im Dezember. Oh, dieses Jahr kommen wieder so viele Talkrunden, jede zweite Woche. Das ist für mich einfach derzeit nicht umsetzbar. Auch jetzt waren ja drei Wochen knapp gar keine Videos von mir. Jetzt kommt wieder was. Aber nur, um euch einmal abzuholen, einmal ins Boot zu holen, anerklären, was hier eigentlich los ist. Und ja, wir sehen uns jetzt wieder, aber vielleicht nicht ganz regelmäßig. Ich hoffe, ihr könnt dem verzeihen. Und ihr habt ja Dustin immer noch als Haupt-Content-Creator, weil Hitze ist, ich bin ja sowieso nur ein Anhängsel. Aber ich wünsche euch alles Gute. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao, ciao.